hey leute ich bin's wieder euer benny auf dem nerdstar server mit meinem let's play letztes mal haben wir ja die farm hier hinten gebaut die läuft auch richtig gut muss ich ehrlich sagen also die funktioniert einwandfrei sieht auch nicht schlecht aus natürlich fehlen jetzt noch ein paar farmen wie zuckerrohr und so wird das jetzt noch erweitert da habe ich jetzt gerade keine lust dazu gehabt hier bin ich ehrlich ich habe mir gedacht ich habe eine sache offscreen gemacht die war jetzt nichts mit meinem let's play zu tun es ging einfach nur um die genauigkeit die little mirai baut gerade eine zugstrecke bis hier runter da muss ich natürlich jetzt noch den bahnhof bauen aber ich habe auch hier einen weg direkt in die stadt gemacht das geht fast über 1000 blöcke wenn ihr euch mal die mini map anguckt dann seht ihr das auch so jetzt muss ich mal ganz kurz einen block hier austauschen weil der nervt mich schon die ganze zeit so der hier da brauche ich zwei so und so der hat mir schon die ganze gelerft aber wie ihr seht dieser weg geht komplett bis in die stadt dauert eine weile aber ist besser als wenn man cross country geht aber dafür brauche ich eine brücke habe ich gemerkt weil wir hier natürlich keine haben also dachte ich mir dann bauen wir uns mal eine brücke und das werden wir heute mal angehen ich muss mir noch genau überlegen wie ich das mit dem design mache erstmal machen wir so dann werden wir mal schauen dass wir hier so ein paar pfosten rein kriegen die werden wir jetzt einfach mal hier so so und das werden wir jetzt einfach mal obwohl wir machen ja dass wir so hoch machen das ist in ordnung dann hier auch so so und so okay das heißt wir haben hier eins zwei drei bis zu dem das heißt wir machen versuchen das jetzt mal komplett symmetrisch zu machen das heißt wir haben hier eins zwei drei so und dann zwei aus dem wasser raus genau hier noch bis nach unten ist das hier richtig nein das ist alles zu weit also wieder weg damit so und dann da hin genau so 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 und so und hoch hintergrund könnt ihr schon mal einen kleinen hören der ist natürlich wie immer munter das ist so also ich habe hier schon ein paar ideen wie ich das hier genau machen wollte jetzt einfach mal von hier aus nochmal zwei eins oh ist das dunkel oder wasser eins zwei dumm das wollte ich eigentlich nicht so weg damit so weg damit genau genau das ist so in ordnung ich muss noch mal die abstände hiervon prüfen Sekunde wir haben eins zwei dazwischen wir haben eins zwei drei dazwischen das heißt wir machen hier jetzt einfach entdoppelten so und so okay das gleiche machen wir es auf der seite hier einfach so und so und hier hier und bum 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 und so und so okay das sind ja die unteren teile die äußeren Pfosten die kommen noch jetzt werden wir erstmal ups ups so rüber also ähm erstmal nehmen wir die hier da werden wir es nochmal so und so machen dann nehmen wir das hier weg so nehmen wir uns wieder und machen so und so und dann machen wir so so und so und dann eins drüber so und so hatte ich das auch vorgehabt so und so dann können wir nämlich hier auch zwei Blöcke drauf tun dann sieht das nämlich auch richtig schick aus dass die Brücke ein kleines bisschen dünn ist ja das stimmt aber der Weg ist drei breit und dann will ich natürlich nicht dass die äh dass die Brücke da anders ist so das gleiche nochmal auf der Seite machen hier rüber bitte weg damit dann so und so und dann ah jetzt habe ich hier einen Fehler drin oder habe ich hier einen Fehler drin Sekunden haben wir noch schon hier wir haben das hier dann wäre eins zwei drei haben wir jetzt hier ich glaube wir haben hier wir haben eins zwei ja scheiße natürlich jetzt anders hier dann werden wir das einfach mal verschieben so wir nehmen den hier weg und den weg den auch und den auch so einmal hoch hier weg weg und weg und werden jetzt einfach mal lass mich das mal ganz kurz ausrechnen ich bin gleich wieder da ja also ich habe recht gehabt also wir müssen hier eins zwei und dann kommen die hin also die kommen im Endeffekt hier hin so und dann auch hier eins zwei eins zwei und dann hoch dann können die nämlich hier so ran und die so ran dann passt das nämlich auch das aber was natürlich jetzt nicht passt was mir aber auch gar nicht so schlecht ist ist dass die zwei hier nicht zusammen sein dürfen finde ich gar nicht so schlecht weil ich wieso hier eigentlich eine Lücke dazwischen haben wollte so mal kurz auf die Oberfläche ich brauche nämlich Luft so einmal hier drunter dann kann ich den hier auch gut abbauen ist auch gerade keiner auf dem Server vorhin war ich mit der mit der Mirai auf dem Server drauf aber die ist jetzt was essen gegangen also so das heißt da nicht das heißt der kann aber hier hin richtig richtig genau jetzt müsste das nämlich auch passen so gleiche Prinzip auf dieser Seite schnappt mir noch die Steinchen da habe ich richtig viel von gemacht so bum 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 und bum jetzt ist natürlich dieses Wasser hier im Arsch aber das ist erstmal nicht wichtig so also um das hier natürlich jetzt noch ein bisschen schöner zu machen werden wir hier einfach so so und so machen und hier werden wir einfach ein paar Blöcke drunter packen oder also gut wir machen es anders wir machen jetzt mal so so da bin ich mir jetzt nicht sicher ob das gar nicht mal so schlecht aussieht das müsste eigentlich gehen so dann machen wir jetzt noch hier gehen wir mal in die Mitte durch so einen dahin und einen dahin und jetzt kommt der Vorteil wenn man alleine auf dem Server ist wir gehen nach Hause und gehen kurz schlafen weil jetzt kann ich die Nacht komplett durchschlafen so Belser und so wie es sich anhört nein kein Regen hört es sich gerade so an wahrscheinlich nur die komische Musik also ich weiß gar nicht warum ich mir eine Treppe gebaut habe aber wenn ich wieso das hier immer so abkürze aber egal so meine Stimme ist heute auch ein bisschen kratzig merke ich gerade ich höre mich eher sexy an yo immer noch niemand dabei so das gleiche jetzt auf dieser Seite das ist auch alles wirklich absolut gleich bleibt hier also wir haben hier einen da einen und da einen super das sieht doch schon mal schön aus und hier hatten wir Sekunde hier hatten wir ich hasse es im Wasser zu arbeiten das hatten wir da genau das heißt wir haben schon mal das Grundgerüst der Brücke was wir jetzt noch machen werden ist weil ich das schön finde ist wir nehmen diese Blöcke in der Mitte mal weg das war jetzt eigentlich nur um zu gucken ob alles in Ordnung ist und werden das mit diesem Holz ersetzen und ich finde dieses Holz einfach so schick ach natürlich gedacht er das nicht ähm na dann müssen wir das jetzt mal anders machen nehmen wir das kurz weg hier so damit dann gehen wir kurz nach Hause zu meinem Craftingtisch hätte ich mir auch einen mitbringen können aber aber ist jetzt egal so holen wir uns mal 12 davon das müsste eigentlich reichen so bumm wieder runter und wieder ah ich liebe das da hinten sieht man so den Nebel so schön hier runter und dann werden wir jetzt einfach mal ups lag genau so machen wir das das gefällt mir das sieht schön aus diese Kombination mit diesem Stein und so das finde ich einfach das sieht so schön aus weg damit weg damit da machen wir so und so und ja den vielleicht auch noch so super ich könnte noch welche gebrauchen ich mache mir jetzt aber mal eine Crafting Werkbank hier so die packen wir jetzt mal hier hin dann machen wir jetzt mal schnell so so bitte sehr so das heißt den hier und dann den hier und den hier fallen mir eben welche runter ist nicht schlimm so das sieht doch schon mal schön aus jetzt natürlich brauchen wir hier oben noch eine Art Rand und da habe ich eine Idee gehabt dass wir mal was versuchen jetzt muss ich mal nachschauen ich glaube das funktioniert nicht ähm ja das wird jetzt ein bisschen kompliziert da werde ich mir mal ein bisschen Erde holen um mich am einfachsten weg zu machen so 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 haben wir Erde also das heißt wir brauchen hier einen Platz das heißt es muss hier anfangen und ihr seht gleich was ich vor habe so und so und ich glaube noch ein und dann gehen wir jetzt einfach mal zurück so so einmal komplett rüber so das müsste reichen so sorry mal wieder ein bisschen zusammen geschnitten also ich habe jetzt hier auch diese Treppen und mein Gedanke war jetzt die Treppen so hin zu stellen und dann hier so eine Art Zwischending zu machen da überlege ich einfach jetzt ob ich mal schaue wenn ich so mache wie das aussieht dann einfach hier drunter gehen dann einfach hier drunter gehen ähm und die hier nehmen so und und ne das wollte ich eigentlich nicht so wollte ich eigentlich machen so und dann hier einfach mal so und und so und da komm schon so jetzt gucken wir mal wie das aussieht jetzt hier sieht gar nicht mal so schlecht aus muss ich ehrlich sagen gefällt mir wir kommen hier noch hoch das heißt wir können noch die Erde abbauen und werden wir das gleich auch auf der anderen Seite machen und auf der Seite habe ich mir überlegt dass wir hier also nicht den hier der soll weg hier machen wir jetzt noch ein paar von ja dann nehme ich mir aber glaube ich was anderes so nochmal nach Hause das ist immer der schnellste Weg jetzt schauen wir mal was für Material wir hier noch haben was wir benutzen können netherrack finde ich nicht so schön wir haben normales Stein wir haben haben wir genug Ziegel hm vielleicht nehmen wir mal ein bisschen von den Ziegeln mal gucken ob uns das ausreicht mal gucken so so also müssten wir auf jeden Fall neun das reicht uns glaube ich nicht wir nehmen sie aber auch mal mit so dann gucken wir mal was haben wir hier noch an Zeugs wir haben noch ganz normales ich habe natürlich jetzt aus den Höhlen nichts mitgebracht oder habe ich hier noch ein bisschen von diesem Mossy Cobblestone das weiß ich jetzt gar nicht da habe ich nichts hier habe ich auch nichts da habe ich nur netherrack ist hier was drin nein da ist auch nichts drin ok also habe ich nichts anderes so weitermachen also ich habe gerade einen Apfel gegessen immer Vitamine essen Leute Vitamine sind gut machen euch groß und stark und wie ihr in meinem Video sehen könnt was inzwischen 106 Views hat Leute wow absoluter hammergeil dann wird man so groß und stark wie ich was man mir vielleicht nicht ansieht was man mir vielleicht nicht ansieht aber ich bin ungefähr ich bin zwei Meter groß aber naja schauen wir mal das heißt wir haben neun das heißt wir müssten wenn ich den hier nehme und so mache das gleiche auf der Seite und dann hier auch wo habe ich das denn hingesetzt jetzt seht ihr jetzt habe ich gar nicht aufgepasst also wir haben erste Treppe zweite Treppe dritte Treppe ok merkt euch dritte Treppe also da habe ich es hingesetzt so in Ordnung jetzt werden wir einfach das untere mit dem hier ausfüllen mhm so obwohl das finde ich eigentlich ziemlich ekelhaft muss ich ehrlich sagen dass da unten was anderes ist so wir haben genug hier oder ist das Sand das ist Sand oder? nein das ist wie immer man das auch nennt so schlappen wir uns da kriegt man ja immer ziemlich viel von wie viel haben wir bekommen? wir haben fast nen ganzen Stack bekommen also gehen wir mal wieder nach Hause brennen das mal zusammen so Stein ist drin und den lassen wir jetzt mal brennen und in der Zwischenzeit machen wir den Rest so haben wir genug Erde ja ich hab genug Erde ich geh erstmal schlafen ich glaube nämlich die Nacht kommt langsam mhm so und wieder da jetzt hört sich aber wirklich an als ob es regnen würde nein immer noch nicht gut so hör mir nicht zu ich will kein Regen also das brennt jetzt langsam vor sich hin oh wie heißt das in Deutsch? Leute gebt mir doch mal nen Tipp weiß nicht wie das in Deutsch heißt ok also das heißt wir brauchen hier wir brauchen hier Erde oder nein wir müssen eins weiter nach hinten gehen also eins dann zwei und jetzt nach hinten genau mal gucken ob das reicht müsste eigentlich reichen super und dann werden wir jetzt einfach um es einfacher zu machen dass wir nachher nicht hier unten rum gehen müssen machen wir jetzt so so ja so lan in Ordnung und dann wo sind meine Treppen da sind meine Treppen erstmal was essen lam 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 nam lam lam so jetzt habe ich aber trotzdem Fehler gemacht oder? ja hm macht lichts das heißt einfach die müssen weg eins zu weit unten gemacht. Ja halt, learning by doing. Aber ich habe ja genug von dir. Das war jetzt doof. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte dich nehmen. So. 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 Und so. In Ordnung. Dann noch weg mit dem ganzen Kack hier. So. Weg damit. Ich muss unbedingt mal das Werkzeug besorgen. Mein Werkzeug geht gerade nur kaputt. So. So. Und jetzt Treppe. Welche Richtung mache ich das jetzt? Das heißt. Uh. Ah. Ne. So nicht. So auf jeden Fall nicht. So. Wir können theoretisch. Ja. Das sieht doch nicht schlecht aus. So. Also auf der Seite auch. Und auf der Seite auch. Und auf der Seite auch. So. Was natürlich jetzt noch fehlt ist das da. Server Restart in 10 Minuten. Das passt doch. So. Wir machen einmal so. Dann machen wir einmal auf der Seite. Ne. Die mittlere lassen wir mal so wie es ist. Und hier machen wir. Was habe ich jetzt hier gemacht? Da habe ich so gemacht. Das heißt. Hier machen wir das auch. Bumm. Da. Die Mana kommt ins Spiel. Und prompt gibt es gleich einen Server Restart. Das passt doch. So. Mal rüber. Bumm. Umdrehen. Tup. Und umdrehen. Tup. So. Das sieht cool aus. Ach. Der Colesius ist es. Hi. 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 Ach. Ich bin jetzt auch Stammgast. Aber wir werden mal schauen. Was wir jetzt hier machen. Ich glaube. Wir werden das hier einfach so lösen. Ja. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann ist es nämlich auch. Die Teile werden wir noch austauschen. Auf jeden Fall. Aber dann ist diese. Diese. Dieses. Ähm. Diese Steinziegel. Die geben der ganzen Sache dann noch so einen kleinen. So eine kleine. Kleine farbliche Nuance. Ja. Ich kenne diese Wörter. Und machen das noch ein bisschen schöner. So. Hier. Hier. Und dann musst du hier noch so. 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 Und. Einmal so. In Ordnung. Jetzt haben wir natürlich das hier. Da überlege ich jetzt. Ob das hier funktioniert. Können wir das so hin tun? Eigentlich. Warum eigentlich nicht? Dann machen wir das so. Genau. Dann machen wir so. So. Und so. Obwohl der hier ist nicht so gut platziert. Den lassen wir einfach mal frei. So. Genau. Dann machen wir es noch hier. So. Genau. Das ist in Ordnung. So. Dann machen wir es so. Und so. Nein. Nicht so. Aber ihr seht was ich meine. Ne. So. Dieses. Alternierende Muster. Und vielleicht zwischendurch hat man sogar so eine kleine Lücke. Das macht die ganze Sache gar nicht so schlecht. Hier. Die Lücke hier in der Mitte. Die ist natürlich gewollt. Das ist in Ordnung. Also hier werden wir jetzt mal kurz den hier wegnehmen. Da kommen nämlich gleich die richtigen rein. Also du auch weg. Und jetzt noch die ganze Schose auf dieser Seite. Wir machen so. Nein. Machen wir nicht. Wir machen so. Und so. Nein. Auch nicht. Ja. Diese Treppensätzen ist immer noch eine Sache, wo ich theoretisch einen Ragequit machen könnte. Manchmal. Also. Weil manchmal ist es einfach nur Scheiße gelöst hier. Ja. So. Dann hier. Genau. Hier auch. Nein. So nicht. So. Und rum 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 rum. Oh nee jetzt. Oder? Komm schon. Hier. Also. So. Jetzt werde ich aber langsam richtig sauer. Muss ich ehrlich sagen. Also von oben. Richtig richtig sauer. Oben. Danke. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Ja. Das funktioniert immer noch. Also er macht natürlich das. Aber das ist in Ordnung. So. Jetzt nochmal hoch. Gucken was die Dinger hier machen. Ach. Mir fällt jetzt gerade wirklich nicht ein, wie die Scheiße in Deutsch heißt, Leute. Hier. Hier fehlt jetzt natürlich Kohle drin. Das können wir jetzt mal schnappen. So. Und lassen den Rest brennen. Aber das müsste eigentlich erstmal reichen. So. Bumm 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 bumm. Das ist doch gut. Das reicht. Elf müsste reichen. Also ab nach unten. Lehm. Das ist es. Mir ist das nicht eingefallen. Lehm. Ach ja. So. Nach unten. Ja. Dieses Brückendesign ist jetzt auch mein eigenes. Also ich habe mir zwar Brücken angeguckt von anderen. Aber das ist jetzt wirklich mein eigenes Design. Ist jetzt natürlich nichts spektakuläres. Aber ich finde, die sieht richtig schick aus. So. Also einmal so. 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 Ich glaube, das reicht doch nicht. Ja. Wer hätte schon keine mehr. Aber ich werde es gleich sehen. Einmal hier. Server Restart in 5 Minuten. Da wird er sich freuen. Kommt gleich, wenn es gerade anfängt. Wie ist da. 4 Stück. Reicht das? Ich glaube nicht. 1, 2, 3, 4. Doch. Es hat geklappt. Mensch. Als ob ich es geplant hätte. Ja. Perfektes. Kastis. Timing. So. Das haben wir schon mal gelöst. So. Jetzt werde ich nur mal ganz kurz das hier entfernen. Ich habe zwar die ganze Strecke über hier Erde an der Seite gelassen. Aber ich finde, bei der Brücke. Ja. Like always. Ist mir letztens auch passiert. Ich habe mich eingeloggt. Und prompt nach 2 Minuten. Also nach 2 Minuten Spielen. Stand dann da auf einmal. Ja. Server Restart in 5 Minuten. Das ist ja auch. Ach klasse. Passt ja. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Lichtquelle hier. Und das werden wir lösen, indem wir... Ja. Mal gucken. Mal gucken, wie wir das machen. Ich denke, ob wir... Oh. Das könnte vielleicht gar nicht mal so schlecht aussehen. Wenn wir hier einen rausnehmen. Dann hier einen rausnehmen. Mal gucken, ob das hinkommt. So. So. Das heißt, wir haben jetzt auf der Seite 2. Ja, das funktioniert. Das ist doch schick. Okay. Also wie ihr seht, ich habe dieses nicht geplant. Die Folge ist auch gleich zu Ende. Ich glaube, der hat sich jetzt ein bisschen lang gezogen. Glaube ich. Ähm. Aber. So. Home. Home. Jetzt muss ich mal nachschauen. Habe ich noch genug Glasspanes? 13. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Irgendwo in meinem Haus ist eine scheiß Spinne. Und sie geht nicht weg. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich finde sie nicht. So. Das reicht. Reicht auf jeden Fall. Also Glas wieder zurück. Und wieder nach unten. Bum, bum, bum. Ich mag es, dass ich hier einfach runterhüpfen kann ins Wasser. Und mir passiert nichts. So. Immer noch die Nachricht. Heute Server Show. Das stimmt nicht. Bitte, bitte, bitte Schinken oder irgendjemanden. Nehmt das doch endlich raus. Das wäre so schön. So. Und dann werden wir jetzt die hier. Ah. Das sieht nicht so schön aus. Oder? Obwohl. Ich weiß es nicht. Ah. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Mal gucken, wie es von oben aussieht. Das sieht nicht so schön aus. Nee. Es sieht wirklich nicht schön aus. Glas weg. So. 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 Und so. Das werden wir mal noch ganz kurz nach Hause gehen und uns ein paar Dinger holen. Nehmen wir mal Zäune. Und werden die mal benutzen. So. Vielleicht sehen die Zäune ja besser aus. Ihr könnt wieder da rein. Und ach ja, bevor ich gehe, brauche ich noch von meiner letzten Spedition ins Nether. Na, so viel Gloucester brauche ich nicht. Ich glaube, ich brauche 1, 2, 3, 4. Wir nehmen mal 4 mit. So. Obwohl, ich kann euch mal zeigen. Ich habe hier was gebaut. Er ist noch nicht ganz fertig. Also ist generell noch gar nicht wirklich fertig. Aber ist auch ein schneller Weg nach unten. Hihi. Also, jetzt werden wir mal schauen, ob das mit den Zäunen hier irgendwie besser aussieht. Das sieht besser aus. Das sieht natürlich sehr cool aus. Das gefällt mir. So, ich bin gleich wieder da, sobald der Server Restart fertig ist. So, da bin ich wieder nach dem Server Restart. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Na, ich weiß, was ich machen wollte. Ha, hatte ich halt vergessen. So war es doch nicht. Einen wollte ich hier hin tun. Einen wollte ich da hin tun. Und dann machen wir so. 1, 2 und 3. Und dann gehen wir mal kurz hier hoch. Hier hoch. Und wo ist mein Glowstone? Da ist mein Glowstone. Und wie ihr seht, ich habe natürlich die Textur geändert. Habe ich aber, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Aber in der Fünfer Version habe ich es auch gemacht. Obwohl der 1,5, das könnt ihr an meinen anderen Videos sehen, habe ich, die sind ja noch animiert, diese Texturen, habe ich rausgefunden. Ähm, das müsst ihr euch mal angucken in meinem, ähm, Flowerpod Video. Auch wenn ihr jetzt, sagen wir mal, wirklich der englischen Sprache nicht so mächtig seid. Müsst ihr auch gar nicht so mächtig sein wie ich, aber trotzdem halt wirklich nicht so gut Englisch sprechen könnt. Ähm, trotzdem schaut euch mal an, allein wegen den Texturen, weil die sind der Hammer. Allein im Nether, das bewegt sich alles, das ist der absolute Hammer. Also, äh, für jemand, der, glaube ich, Probleme mit Epilepsie hat, ist das nicht so gut, aber trotzdem eine sehr, sehr geile Sache. So, dann werden wir, das gefällt mir hier nicht, das gefällt mir gar nicht, so, das sieht besser aus. Dann werde ich mal, äh, mach ich das, mach ich das, vielleicht mach ich das, Sekunde. Ich habe hier jetzt so eine Idee. Wir haben ja noch den hier und wir haben ja noch die hier. Und dann mal schauen, wie das jetzt aussieht. Wenn wir jetzt den nehmen und hier, ach, dich mal wegmachen hier, so, weg damit. So und so, dann kommen hier, ich finde, man bräuchte unten ein größeres Inventar. Äh, ein größeres Inventar. Werden sie nie einbauen, aber es wäre mal was Schönes. So und so, und dann gucken wir mal, ob wir das hier nicht verbinden können. Eins, zwei, drei. Also, das sieht doch schon mal besser aus. Mal gucken. So, holen wir uns noch eins. Brauchen wir. So. Gehen wir mal rüber. Bisschen schneller. So. Das heißt, was habe ich hier gemacht? Wir haben das hier, das geht auch noch eins weiter hier, sehe ich gerade, ne? Ah, seht ihr das auch? Dass es hier sozusagen weitergeht. Das heißt, wir werden das mal kurz entfernen. Jo, mein Sohn findet das auch. So, das werden wir hier mal wegmachen. Weil, wenn ich das richtig sehe, war das hier so, genau. Richtig. Dann, so, so. So, so, so. So, bum, bum. Dann nehmen wir dich mal weg. So und so. Und machen hier mal wieder Steinchen hin. Gleiche Sache auf der Seite. Keine Lust, jetzt auf meine Schaufel zu gehen, so. Und so. Ah, wahrscheinlich meinen wir hier jetzt, das müssen wir, das müssen wir jetzt doch machen. Aber das gefällt mir nicht. Da bin ich so ein kleines bisschen pingelig, wenn es um sowas geht. Und ich finde, das sollte hier so einen richtig schönen Abschluss haben. Wird auf der Seite auch passieren. Ich werde natürlich diesen Berg ein bisschen wegmachen. Das werden wir jetzt auch mal ein kleines bisschen tun. Da ist mir das hier weg. So. Und das gleiche hier auch nochmal. So, wegmachen. Obwohl, die Erde kann hier bleiben. Wo ist die Erde? Da ist die Erde. So, Erde kann da bleiben. Aber du machst so. Und du auch. Und dann natürlich das hier. Bum, bum, bum. So. Ich finde, die Brücke sieht schick aus. Vor allem der äußere Bereich hier. Der gefällt mir. Gefällt mir sehr, wie das aussieht. Mag ich sehr. Die Seite hier. Och, das geht eigentlich. Vielleicht hier noch so eine kleine nach oben gemachte. Treppe. So, so vielleicht. Jo. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gefällt mir. Aber dann hören wir auch mal auf. Weil sonst geht das hier viel zu lange. Geht das hier viel zu lange durch. Aber ich finde, die Treppe ist gelungen. Mit so schönen farblichen Akzenten hier drin. Mal gucken. Mal gucken hier. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Können wir lassen. Also Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War ein bisschen länger als geplant. Aber mit dem ganzen Server Restart und sowas. Und zwischendurch mal gucken, was ich mache und sowas. Aber ich finde, das sieht gut aus. Jetzt haben wir natürlich noch die Seite hier. Da kann ich erst eine Brücke bauen, wenn das Schiff entfernt wird. Das Schiff wird kopiert und an einen anderen Ort gesetzt. Dann werde ich hier gucken, dass ich versuche, die gleiche Treppe zu bauen. Auf die Seite vielleicht ein bisschen höher oder so. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber sobald das Schiff weg ist, kann ich da anfangen. Nächstes Mal bauen wir mal die Zuckerrohrfarm. Ja, da muss ich noch mal gucken, wie ich das mit dem Automatisierten mache. Und wahrscheinlich bauen wir noch eine Kakteen-Farm. Einfach mal, um die Möglichkeit zu haben, ein bisschen grüne Farbe zu haben. Machen wir einfach mal eine Kakteen-Farm. Hier die Farben. Das funktioniert alles immer noch nicht richtig. Hier, wenn ihr seht. Ich hatte hier zwei Kühe drin. Jetzt ist nur noch eine Kuh und ganz viele Schafe drin. Die Hühnchen hier scheinen zu funktionieren. Aber ja, mit so einer Farm ist schwierig. Aber wenigstens funktioniert die Lebensmittelfarm. Und falls ich euch zeigen kann, ich habe hier jetzt noch ein bisschen gegraben. Ich muss aufpassen, aber wenn ihr mal runter guckt. Ja. Dieser Steinbruch geht ziemlich weit nach unten. Aber so brauche ich die Massezeige. Also. Wir sehen uns nächstes Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Kommentiert, gebt mir ein Like. Schreibt auch mal rein, wenn es euch nicht gefallen hat. Irgendwas. Würde mich freuen, ein bisschen mehr von euch zu hören. Gucken wir mal als letztes drauf. Also. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.